Heute stelle ich euch mal ein ganz besonderes Immobilienobjekt vor. In Thailand auf der Insel Koh Samui haben wir dieses schöne Brachstück gefunden. Ein wundervolles Wohnzimmer, Essbereich und Küche mit einem riesigen Poole. Diese Villa hat einen fantastischen Ausblick zum Dschungel und zum Meer. Diese Villa hat 170 Quadratmeter, drei Schlafzimmer und alles wundervoll und liebevoll eingerichtet. Es ist genügend Platz, dass sechs Personen ihren Urlaub dort verbringen können. Hier siehst du das Master Bedroom mit Badewanne und mit einem wundervollen, schönen, weichen Bett und einem fantastischen Blick nach außen. Die Villa haben wir in der Low Season für knapp 90 Euro pro Nacht zu zweit angemietet und haben in jedem Moment dort genossen. Das Wohnzimmer war mit Pants ausgestattet, sprich mit Ventilatoren ohne Klima. Aber jedes andere Zimmer hat eine Klimaanlage geplant. Ein ganz besonderes Juwel, was wir auf Airbnb gefunden haben. Hey! Hey!